Zugverkehrsunfall in Friedrich-Eberstraße. VU bestätigt Stichworterhöhung auf TH2 zur Person eingeklemmt. Kommen später mit weiterer Lagemeldung. Lage verstanden. Weitere Lage wird frei. Mit unserem Griff mitteln die eingeklemmten Person. Nachforderung ein RTW und ein NEF für zweite Person. Kommen. Leitstelle verstanden. Weiter RTW und NEF wird alarmiert. Kommen. Verstanden. Ende. Arme Beine. Wir wissen nicht, was mit der Hüfte ist. Fleschrettung. Ich brauche Rettungsrucksack. Und eine Decke. Hast du einen Stärker? Dann erst mal raus. Haben wir die Decke hier? Genau. Fleschrettungsdecke. Nein. Rucksack auf. Hier bleiben wir oberhalb. Nein, vorne brauchen wir eigentlich nicht. Hinten machen wir nichts. Machen wir hier. Zack, zack und dann klappen. Der hat einen elektrischen Sitz. Wir brauchen die Batterien. Weiter, weiter, weiter. Weiter, weiter, weiter. Ja, einfach bloß der Trott. Das muss ich nicht verletzen. Wegen wir den Sitz nach vorne, den Sitz nach hinten und dann hier durch. Zieh nochmal. Jetzt wird es kurz schmerzhaft. Jetzt ziehen Sie aufs Brett. Jetzt ist es kurz. Jetzt ist es halt vorne. Untertitelung des ZDF für funk, 2017